Ja hässliche Lampenvorge. Jetzt kommt nur noch hässlichere Dingsbums hier. Ich muss aber erst meine Waffe umrüsten. Mit der Knarre komm ich schon weit. Welche Knarre? Mit der Seltre? Ja. Da kommst du aber glaube ich weiter als mit der Dingsbums. Aber nimm trotzdem eine kugelbasierte Waffe. Das ist glaube ich besser. Nahkampf wirst du jetzt nicht so brauchen. Guck mal was du an kugelbasierten hast. Sekundärwaffe. Ah ja. Da bietet sich das an. Sekundärwaffe. Prämär. Rasse. Super Wendel mit. So. So. Ich guck mal ob die Dingsbums was bringt. So. Elefant ist nur noch. Dann haben wir das Frag nämlich abgeschlossen. Ach so ist Piranha Prime dabei. Ah. Ich denke dass die besser fruchtet beim Elefant ist. Weil viele Schuss weißt du. Ah. Und davon viele kritisch. Der Frag ist nur noch. Der Frag ist nicht möglich. Der Frag ist nicht möglich. Es war schwierig zu lösen. Es war schwierig zu lösen den Sektor des Sektors. Aber du bist endlich hier. Der Frag ist nicht möglich. wenn ich rassier und schaffe. Das ist gut. Das ist gut. oh du bist Bischöf Lüge auf Siehst du, ich hätte einen Imperator Wendel als Dingspumpf nehmen sollen Als hier Archgun So, nächster Kopf Da hast du ihn Wie viel Schaden machst du? Im Schnitt so, ich kann es nicht genau zählen, 300 bis 500 aber es schlägt soviel ein Da schlagen ja quasi die Salben von drei Gewehr ein Ach, mehr Phantome hast du gerade nicht Ne, ne, schießen tun nur drei Nur beim Nahkampf sind alle vier aktiv Das sieht aber aus wie sechs Bahnen Echt? Weil ich weiß, schießen da eigentlich nur drei Äh, zwei Ne, Phantome Ist ja egal Mach Glück mal, der große ist Ja, da sind dort nur drei Bahnen Ja, mit Mehrfachschüss in dem Dauerfeuer Da kannst du dir vorstellen, was das für ein Zahlenfasching ist Ich bin dumm der Drecks, aber Ich bin gerade so schön schön Aber trotzdem sollte sie versuchen Irgendwie eine Kuba-Characke zu kommen Oder so Ja, unter Spitze hab ich jetzt Bestell mal, wenn es da andere Neues passieren All die Kuba waren manchmal doch schon ein bisschen mehr Schaden Ah Haha Gut Two Alters might do it Mhm Hm 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 Da bleibt da liegen Ach, Lüge Ja, ist ne offene Lüge Ich geh jetzt auch auf Das Tracking scheint aber trotzdem einfacher zu sein, als das haben wir Ebenen von Eidolon Äh Schnurrings Weil das Tracking ist jetzt nämlich schon tot Und das obwohl der höheres Level hatte So So Die Können mich alle mal mit ihrer schweren Infestation Oh mein Gott Schon wieder irgendwas abgeschlossen Ja Ich will jetzt aber trotzdem meine Kuba-Yanga äh gegen äh Imperator werden Mäntel aushalten Schreibt mir jetzt schon wieder Post Ach Ach So nur Teche Ja und du denkst bloß so Erstmal wieder eine ordentliche Waffe mal hinstecken Wo war Nuko Äh Was haben wir denn da Wo war Karat kann ich denn lassen So So Let's So So Ich geh jetzt aber erstmal aufs Schiff Schau mal von dem Relais Ach bist du da und auf dem Relais gelandet Ja Das geht mir auf den Sack Oh mein Gott Schon eine Einladung Oh Gott Achso ja Lens wollte ich auch noch ein Stück weit machen Ja Lens Ja Ja Äh Ja Äh 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 So Wutalist Allardwie oder äh Jodas Golem zuerst Wenn man Golem zuerst machen Dann muss ich mich nochmal ausrüsten Dann mach Äh 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 Rüste dich erstmal aus Du willst Wurken Lens dann mitnehmen Äh Äh Nee Golem Die Waffe Da passt Das passt eigentlich auch Äh Äh Gewehre Wobei das passt eigentlich Ja Das wird schon schief gehen Der Hälfte ist ja eh im Weltraum Der Hälfte ist ja eh im Weltraum Der Hälfte ist ja eh im Weltraum Der Hälfte ist ja im Weltraum Das ist ja im Weltraum Der Hälfte ist ja im Weltraum Das weiß du bist ja im Weltraum Ich kann ja im Weltraum Ich kann ja im Weltraum Ich weiß, was du machst. You came for the parts, just like the others, groovy scavengers. You do not care about Georges. I am beginning to have a terrible feeling. Some doubts about this mission. What have I got you into? For the Tenno. Feel that? The Golem. He's coming. Get into position. Multiple targets ahead. The Golem is here. I'm sorry, Operator. Wonderful early act. Wait, this is a trap? I told you not to come. Please, they did. Jordus! What kind of cephalor are you? You have no idea what I am. Join us and you will. Operator, Hull integrity is failing. This is all my fault. Oh my god. Operator, I am detecting a much larger infested life form. Much larger. You cannot stop this. Let us in. I regret to inform you. This is just the beginning. How failing? To hell with Precept 44. Get out of there. Prepare for Arkham, so you can... I'll obliterate this thing. What? 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 Stay sharp. This one is a handful. What? For me is a plug. What? For me is a plug. For me is a plug in between... ...I think we will get out of that. Aha. Great, F4, no. Start. oder ich werde einfach wenn du das alleine schaffst also in zwanzigstel oder in dreißigstel und abgezogen das ist mein Stort ne, da würde ich doch gar nicht mitmachen aber falsch falsch Was? Ich kann nicht mehr beitreten. Ich kann nicht mehr beitreten. Und dann breche ich die Mission ab. Scheiß. Das ist halt das Problem mit einem zusätzlichen wackeligen Übersetzer. Oh. 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 Ah, das ist toll. Die Gala ist hier. Ich bin entschuldig. Wunderbar, Berliak. Warte, das ist ein Schrapp? Ich sagte dir, dass es nicht kommen würde. Bitte, bleib dich. Und jetzt kann ich mich nicht mehr abbrechen. Ihr habt keine Ahnung, was ich bin. Seid uns, und du wirst. Operator, Hull Integrität ist failing. Das ist alles meine Schuld. Operator, ich entdecke eine viel größere, infestierte Lebensform. Was ist das? Das war kein Sprichbeweg. Mit was schießt du? Äh, mit das... Mit der Imperator Wendel. Also. Wahrscheinlich noch Stan reingejagt. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich will nicht mehr. Ich will nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Das ist wirklich gekillt. Ich will nicht. Ich finde den Abstand halten. Ich will nicht. Das ist eure. Ich bin nicht. 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 Okay. Ich bin nicht. Meine Analyse zeigt, dass die Fahrzeuge nicht möglich sind. mit Ja ich habe gesehen dass da einer kommt und wollte mich gerade verdrücken. Da war es schön. Ja ich habe gesehen dass die Räume der Räume entfernen kann. going und machen? Selbst dachte ich habe gesehen, dass da jetzt ihre Rechte induktionieren. Es sind Motorräder! Schrauben die Motorräder! Gehen weg ihr Drecksfiecher! Die Drecksfiecher gehen leicht, die halten nichts aus. Ja, da sind wir jetzt aber ziemlich schnell gegangen, das war das Problem. Die Drecksfiecher 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 Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht verletze, aber ich weiß nicht, dass ich ihn nicht verletze. Nein, das war nicht nur für den Punkt. Was willst du jetzt machen? Nein, das kann ich probieren. Das ist gut. Ouch! Kannst du mich wiederbeleben? Ah, da bist du. Oh ja. Weil das kann ja noch ein Stück dauern. Ja. Da ist das Drecksding. Ich muss jetzt was machen, aber ich muss wieder auf Abstand bleiben. Useless hollow shells. Ah. Scheiß Elektroschaden. Oh. 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 ش스samer. ignor Intensiv Maybe i did not like this can first on videsz. Ach, verdammte scheiße. Wo bist du? Ach, da. Juristschaden würde ich mich ein bisschen verziehen also. Ah, da. Ach, elterio. aber nicht so viel rum ich nie wollte das, ich wollte sein woanders taste someone else Du kannst mir zweimal ein Schiff auf dem Kopf schub machen, ne? Ich weiß. Dann kommst du vielleicht. Ich wirst schütt. Ich, ja, ich bin schon wieder gefragt. Kein Splitter. Ich bin schon wieder auf dem Kopf schütt. Ich bin schon wieder auf dem Kopf schütt. Niemand macht einen Flubwornis. oh dear, where did that come from? ihr scheiß ich muss mir keinen elementar schaden gegen so ein scheiß blitz einschlagen lasst mich doch mal in ruhe mit eurem scheiß blitzen hier die schaden so komm zu uns jetzt, weiter kämpfen drei stunden später ja, und der hat gerade mal ungefähr ein fünftel verloren wenn sie nicht gestorben sind so schiessen sie doch heute wenigstens kann das zu München nicht ausgehen das wäre ja jetzt abortisch bei TP voila ja genau, das habe ich schon erwartet das brauchen wir wieder aufsäsern du bist zu weit gesprungen wenigstens ist er erstmal auf die scheiß blödsinn gehen mir auf den Sack da fliegt ein schrei ja gut, das ist auch der richtige, ne? da war ich zu nahe an dem Mistfeed dran wo ist der? wo bist du? und ich bin auch erstmal tot ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, dich wieder zu bleiben ich stehe den Strat vorbei, ich krieg's ey, das ist gar nicht so einfach hier rumzueiern wie wird der Strat vorbei schön wieder schön wieder da bist du da ich schlieg hier über den Weg zurück du hast noch nie gut weit weg nach ich gehe über die Niveau die Niveau ich gehe über die Niveau Oh, bin ich doch mal nicht so weit, wie das ist ja auch ging. Du musst es blitzen. Dann renne ich auch mal davon. Oh nee, was ich hab? Useless hallo-shellz. Das war's. 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 F, succumb to us. No, keep fighting. F, succumb to us. 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 I'm dead. Oh, damn shit. Now, where I had such a nice position, I would have never had. Of course, you're crazy. Lieutenant, it senses you are of like flesh. It is confused. Why do you defile us? H, it's a, it's a, it's a, it's a. Bortus, you came to save me. Free me. Oh, ich bin wieder zurück. Das ist echt Talent zum Fliegen. Jetzt kannst du dich aber nicht auf jeden. Hier sind so Blitze. Ja, bei mir sind sie gerade eingekladen. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Oh, ich habe mich schon wieder verpasst. Ich habe mich heute auf der Arbeit auch noch mal dünn gelacht, weil als ich kurz Zeit hatte, habe ich mal kurz hier Golem.de offen, da haben sie hier, ist jetzt rausgekommen, die Daten hier von diesen ganzen, ja, ins Restaurant geht, diese Zettel da, da greift jetzt die Polizei drauf zu, da gingen die Spinner in den Kommentaren schon wieder ab, ja, und wenn das einer rechten Regierung in der Hände fällt, dann habe ich mir einen Kopf gegriffen, als ob das was mit einer rechten Regierung zu tun hat. Da haben die schon wieder gesehen, oh, und wenn da eine rechte Regierung an raus drankommt, da haben wir mit diesem Zeug gleich wieder Nazi auf den Arsch. Genau deshalb ist das gerade so schweinesgefährlich, dass die das überhaupt erheben. Ja, ja, da gab es aber halt, wie gesagt, ein paar, ein paar ganz wenige Intelligente, die dann gesagt haben, ja, das ist rechts, links, das ist auch scheißegal. Ja, toll. Das Problem ist, dass die Daten halt überhaupt erhoben werden. Ja, und das... Schwung? Was ist jetzt? Ichlioche vor allem! Was ist jetzt auf euch wirklich ein bisschen wasser? Ja, ich kann es jetzt nicht genau sehen. Du warst nicht auf euch. Du willst ja nicht. Du musst doch mal sehen. Du musst zu sein und sehen. Was ist dann? Ich weiß nicht. Und die Angriff nicht. Ich weiß nicht. Die sind nicht. Was ist das? Ich kann mich. Da hat dann irgendjemand dann irgendwann den Witz gemacht, ja, wir hatten ja, ja, eine linke Regierung ist ja so viel besser, weil wir hatten ja auf diesem Planeten noch nie die linke Diktatur, ja, also Stalin war ganz bestimmt nicht falsch, ja, Frau war es garantiert, scheiße, es hat mich jetzt getroffen, bestimmt hier irgend sowas hässliches, äh, äh, wo bist du denn, hier, jetzt heißt es gleich rennen, die Blutze fliegen, ja, wo ist das denn, wo ist das ist doch, also, ich weiß nicht, wo ist das denn, wo ist das denn, wo ist das denn, Oh, nicht auf mich hier, ey Vögel. Mensch, das müsst ihr doch nicht beschießen. So komm zu uns. Äh, nein. Nein, weiter kämpft. Boah, schön 44 Minuten ersten Mal in dem 4. Hm. Ich habe noch nicht mal die Hälfte erreicht. Ich wollte das nie. Ich wollte jemanden anders sein. Möge jemanden anders. Boah, was war das? Ich habe gerade so einen ganz großen gelben hässlichen Strahl an mir vorbeirauschen sehen. Vielleicht weil du zu lange und zu viel draußen brichst. Vielleicht weil du zu lange und zu viel draußen brichst. Oh. 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 Du musst be rebring. Jetzt ist er wieder. Vorher ist er klar, ob ich lebe und bei Kugeln bin. Dann bin ich nicht mehr. Hallo. So frickin' apart. Don't kill me! No, wait! Please do! Give egg. Ja, es geht gefühlt ein bisschen besser, wenn der Kleines will näher dran bist. Ja, ich nutze diese Außendinger ein bisschen als Deckung. Die Außendung ist nicht mehr als Deckung. Die Außendung ist nicht mehr als Deckung. Keine Außendung ist nicht mehr als Deckung. Oh, dear. Where did that come from? Die Außendung ist nicht mehr als Deckung. Oh, dear. Ich habe das Gefühl, der schießt mehr und mehr Schrott, wenn du hier von so weit außen bist und nicht so nah dran. Das kann aber auch täuschen. Ich bin sicher, dass ich mich erreichen kann, schießt nicht mehr. No, keep fighting. Bei Blitzern macht er jetzt ne Beschraudelische Fühler. Mach sein nen riesen Maustür. Geht mir mit dem Fall. Blitze macht der Herr Vogel immer noch Die gehen aber ständig auf mich Ja, weil du hier 20.000 km weg bist Quark, ich war jetzt mal näher dran Der macht trotzdem seine scheiß Blitze Er hat sich nur jetzt auf mich eingeschossen Zu einem unerfindlichen Grund Tenno, es fühlt sich, dass du ein Blitze bist Es ist confused, warum du dich defierst? Ich bin ein Blitze Ich bin ein Blitze Ich bin ein Blitze Ich bin ein Blitze Es ist ein Blitze Es gibt so viele mehr Ich will dieses Blitze Ich will noch das Ich will noch mal sein Ich will noch etwas anderes Ich will noch etwas anderes Tastisch etwas anderes 100 L's Gordus, du hast mich geholfen. Creepy. Ah, jetzt macht er hier ein bisschen komischen Kugelblaster. Eher, wenn man nah dran ist. Hey. Shit, ich schwöge. Useless hollow shells. Ich schwöge. Ich schwöge. Ich rüppelte ihn fast weg. Ja. Gott sei'n Schrank. Ich schwöge. Ich sehe ihn jetzt. Oh. Na, Gott sei'n Dank. Eine Stunde hat's getauscht. Ja, in Gott sei'n Schrank. Oh, eine Stunde. Ich hab' scheißvieh gehangen. Hm. Jetzt nur noch drei Alatwi. Also mach' erst mal alle Schlüsse. Du denkst doch nicht vor. Ja, dann mach' ich erst mal Schlüsse. Oder? Oder? Woher hin? Als du schnackst den Fein, dann schnackst du dir selbst. 1 Schlüssel habe ich So, jetzt muss ich erstmal was ich brauche oder habe oder wie auch immer. So, Mutterlist, Alad, hier habe ich erstmal gar keinen Schlüssel, da muss ich wahrscheinlich was bauen können. Ja, dauert eine Stunde. Ach so, das ist für den Arsch. So. So, da geht es aber wenigstens schneller. Ja, und weniger nervig. Wobei, der kann auch deinen Warframe übernehmen. Alad V is sick. The infestation has infiltrated his mind. It has him doing its bidding. You're here to stop him. But in doing so, you will also be showing him mercy. The mercy of freeing him from the infestation. You have one more chance. Come to me, and I will show you the magic of this gift. There I go again, giving you too much credit. Must I always show you the way forward? Tell him, tell him. Why must you always work against progress? I'm trying to bring us all together. Things could have been different if you tried to work with me. We need to find the IP and take them down. I'll let the target escape. What a mess. Let's clean it up. Do you see this car? This car will let you see like I see. It will let you watch what I want. Target required. Set them down. Come, no touch. We'll just crawl at all. We'll just stop this track show now. Look. Let's get back. Get back. Jump. Let's go. Rudy. Do you here. come Just hold. Don't. Ich muss den zu sehr verbrennen. Ja. Wie du selbst siehst hilft es. Das sollten wir vielleicht öfters mal tun. Lebendige Sachen in die Mikrowelle. Ja. Das ist der Grund warum man lebendige Sachen nicht in die Mikrowelle tut. So. Oh, ist hier. So, ist das falsch? Ups. Gespürt. Du bist wieder angeeckt, he? Ah, ich bin heute ganz blöd rausgekippt. Ich hing aber auch gerade. Emmert, diese Hinderung ist mitten im Weg. Ah. Ah. Mit? Ich weiß gar nicht. Ah. 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 im zugriff gott seinen schrank sooo let's try it you if i may say operator your chosen warframe suits you not good Ja, ich bin.